Hallo und herzlich willkommen bei unserem Adventskalender Gewinnspiel. Heute habt ihr die Chance ein Insider Einhorn zu gewinnen und ein Pearl Rain Einhorn. Dafür müsst ihr eine Frage beantworten und zwar bei dem letzten Carpark Underground, hier oben rechts eingeblendet, wurde mein Auto ungefähr 10 bis 15 Sekunden abgespielt, meine ich, und da waren ganz viele Farbwechsel auf meinem Auto zu sehen und ihr müsst unten in die Kommentare schreiben, was als letztes auf meinem Auto abgebildet war. Mit etwas Glück gewinnt ihr beide Flaschen, viel Glück, viel Erfolg, bis zum nächsten Mal.